Die Sendung geht los, Sendung geht los. Ich hab's gern morgen ein bisschen gemütlich, Augenblick. Frau Sommer meint, das ist die Krönung. Das ist also schön, ich hab mir jetzt jemand zur Verfügung gestellt, hier eine Tasse, vier Asse auf der Tasse, alles im Griff und echtes Blattgold. Passt auch gut zum Kartenspielen und es ist ja so, man trinkt, ich weiß nicht, ob Sie Kaffeetrinker sind oder Kaffeetrinkerin zu Hause, Kaffee trinken hat ja auch was mit Kartenspielen zu tun. Zum Beispiel, wenn man Kaffee trinkt, dann ist es so, es ist ein Kreuz mit dem Kaffee, weil er geht ja meistens aufs Herz und man trinkt dann Karo. Schauen Sie nicht so pikiert. Ja, auch dieses Intro ging daneben, aber es kümmert mich nicht. Ich rufe einfach Mio, wenn's klemmt. Das ist die Rettung, hier ist sie. Hallo Mio. Schön, das ist toll. Was? Ich hab dir auch noch eine Pfeffermühle mitgebracht, denn das ist ja hier eine gepfefferte Sendung. Ja, jetzt kommt der Applaus auf. Ich kann dir auch ein paar pfeffern. Ja. Nein. Weißt du was Mio? Wieso gehst du denn nicht hin, wo der Pfeffer wächst? Da drüben bei den Garten. Oh, doch toll. So. So. Ähm. Ja, was Besseres uns halt noch nicht eingefallen ist, weil wir haben's gemütlich. Mio und ich sitzen ein bisschen so zusammen, trinken Kaffee, Cappuccino und so, reden und so und plötzlich schon wieder 10.30 Uhr, Herzklopfen und da sind die Karten auch schon gemischt, Mio, schätze ich mal. Sind sie, ja. Hat das Publikum das gesehen? Ja. Sonst hätten wir euch einen gepfeffert. Jawohl. Und jetzt warten wir noch auf die Kandidaten. Ich hoffe, dass sie auch pünktlich sind und nicht vom Kaffee weggerissen wurden. Hier sind sie. Zweimal Anja, einmal Stefan, einmal Guido. Hallo.